Ich finde das Standard-Wing-Darer-Outfit so gebessert. Sieht aus wie so ein Power Ranger. Ey, ey, das ist eine Flugtänzerin. Ja, die macht Auftritt drin. Ole, was ist das denn? Was zum Fick? Ja, normal. Ja, Limpet Gun, Baba. Limpet Splendor, Junge. Ja, Limpet Splendor, Baba. Die Waffen werden nämlich gut. Hm, schon immer gut. Ey. Was ist das für eine Waffe? Ja. Ich dachte, das ist Long Range. Ist doch Long Range. Also, du schießt irgendwo hin, oder? Nee, schießt schon dann, wo du hin ziehst. Digger, können wir mal langsam losgehen? Ja, ist die Mission immer so. Wenn du die NPC noch tötest, dann kommen wir gar nicht voran. Scheiße. Oh. Oh, was geht denn ab? Du. 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 Junge, Limpet Splendor zu fass. Wir haben uns gefeiert, alle anderen sterben. Wir sind gefeiert. Was ist passiert? Lass uns aus dem Untergrund. Gehen zu den Schrauben. Der Schrauben ist nicht bewegend. Die Schrauben sind alle verletzten. Der Schrauben nicht funktioniert. Wir kommen zurück. Seitdem wir nicht benutzen den Schrauben. Es gibt eine Anlage für die AFV. Wir gehen durch diese Anlage nach der Surface. Boah, was für ein Damage. Ich habe dir auch so ein Schrauben gedamagt. Ja, du hast dir mehr Schaden gemacht als mir. Herzlichen Glückwunsch. Warte mal. Ehre. Massive Ehre. Was? Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, wo ich da getötet habe. Hä? Es sollte ein Power-Echo-Skeleton-Hanger sein. Nee, das ist so komisch, diese Waffe. Anscheinend habe ich irgendwie... Du darfst nicht da... Du darfst damit nicht auf den Boden schießen und schon gar nicht auf irgendetwas vor dich. Du wirst zwar noch nie wieder, dann ist gut. Ich dachte, das würde Sinn machen, hier hinzunehmen. Naja. Zu viel dazu. Ich glaube, ich mache damit meinen Team-Mates mehr Schaden. Ja. Schadenfahrt. Gut gemacht. Sie haben sich ein paar Talent. Ich werde dir ein paar Medizin später geben. Du hast ein paar Talent. Hm. 5.000 Leben hat das Ding. Wow. So. Wie ist meine Ansage? Hä? Wo sind diese Items, die hier angezeigt werden? Äh, hier unten bei mir. Wie? We have to fight for survival. Let's do it. Where to fight for survival? Do you mean the robot like things? Get into an operative power... Thefish hat ne bazookas. He hat zwei bazookas. Oh, we are the valianting. Fertigkeit. We are opening the gate now. We are the Alpha Team with passion and camaraderie. Ah. Masters incoming! Those creatures eight time for the quads to get in. Juge. Hahahaha Bro Und was wurde ich da getötet? Hahahaha Hör mir die Explosionen oder sowas Willst du das? Hahahaha Uff Das ist ja unbebracht Lass mich doch durch Leider der Korferschlag hat meinen Weg Wir haben es geschafft! Du hast es geschafft! Der Medik wird uns verletzen I NEED HELP Ja komm komm, komm es los Ich fände es I NEED HELP Hehehe Du kattest Ich bin echt schwer Du kattest Wir waren in der Folge Hahahaha Er hat mein Fahrzeug auch gekillt. Penner. Klobürste, Klobürste! Entschuldige, wie viele kacken die bis zum letzten Raum, wenn wir neu starten müssen? Glaub ich auch. Ich muss mich aufhalten. Ich bin bereit, zu kämpfen. Und wie schnell man die auch nachlebt, die M3 Raper. Ja. Ja. Weißt du wie viel Arme ich hab? 800. 552. Muss reißen. Auf Babbling. Na, es hat vielleicht nur 2649. Ist ja eigentlich fast nix. Eigentlich kannst du auch alleine installieren und ich zog's alleine weiter. Das ist halt ein Fall. Monster sind in der Halle. Du bist gut. Ich bin schockt. Ich bin schockt. Ich bin schockt. Du bist einfach zu viele. Woher die die Dinge kommen? Was ein Schmerz. Woher die insomnia? Woher die insomnia? Wenn es umsomnia wird. Wenn es umsignet wird, dann geht es um zu Hause. Vielleicht denkst du, wie du zu leben wirst. Warum sind die Rescute-Team hier noch nicht? Du bist hier noch nicht. Du bist hier ziemlich gut. Für ein Ziviler. Für ein Ziviler. Für ein Ziviler. Hey, hier kommen die gar nicht raus. Für ein Ziviler. Ja. Ich sehe schon, du musst die erste Mission öfter spielen. Hm? Du musst die erste Mission eindeutig öfter spielen. Weil es so Spaß macht. So innovativ ist. Jo. Untergrund laufen. Autisten Diver. Oh mein Junge, Autisten-Diver, aber volles Rohr. Warum gibt es keinen Kontakt von der Grundkraft? Sie müssen jetzt umgekommen, wer kreifen die Reskuteams jetzt. Uff, uff, der ist umgekippt wegen mir. Ach, das ist nur schwächer Anfall, dem geht es gut. Du möchtest deinen Arsch aufbohren? Ja, du bringst Gazzindus um, die kommen nicht weiter wegen dir. Hey, Waffenkisten. Safe. Wo hast du so viele eigentlich? Fünf Sniper und fünf Serra? Äh, zwei Serra. Tschüss. Du musst die erste Mission deutlich öfter spielen. Ja, ist einfach ein Fakt. Muss ich aber nur noch rauslaufen? Nee, ein Raum kommt noch dann rauslaufen. Wir müssen ziemlich weit hoch sein. Jungen, NPC-Mission ist das Schlimmste. Oh, wir sind die valiante Infanterie. Wir sind die Alpha-Team mit Fassion und Kamraderie. Tihi. Was ist nochmal? Laughing? Tihi? Ja. Tihi. Das ist wunderschön. Hahahaha. Hast du es irgendwie auf Shotcut oder sowas gelegt? Ja, hab ich. Natürlich. Hahahaha. 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 Alter, dieser Schreien, ne. Was? Hörst du denn auch? That's no good. Also ich kann erst einer Lobby und hören zu, ne? Du bist geil. Hahahaha. Hahahaha. Hehehehe. Hehehe. Hehehe. Open the blast door. Yes sir. This enemy respond to the enemy. What do you thought? There are way too many. Weew. Nothing to fear. Exterminate them all. You can't die in here. You can't die you monster. Die. Die. Calm down. Keep it together. I can't take it anymore. Never in my wildest dreams, but I thought I would be fighting monsters. We're running ammo, Birdo. Get back up! You got to shoot up. I've been hit. It's a cool Deathcrawler. Hehehehe. Hehehehe. Can't often use it. We're in combat! Reload! Reload! The exit isn't geometry. We'll be fine, once we get back to the surface. Hehhe. So the door opens, and says, up. Fuck. No, move it. Move it. There's nothing. Yes, exactly. Cool, isn't it? Why did you join the EDF? Oh, there's nothing. No. You don't do anything. Oh, Heavy Bomber Vorbausplan.